Ich bin Elisa, ich bin 24 Jahre alt, ich komme ursprünglich aus Stralsund, das ist kurz vor der Insel Rügen und ich studiere Erziehungswissenschaften hier im Fachbereich 1 an der Uni. Ich habe mich für den Studiengang entschieden, weil die Uni an sich schon eine coole Location ist, um zu studieren, um zu arbeiten und den Studiengang hier gibt es zwei-, dreimal in Deutschland und allein deswegen ist er außergewöhnlich und deswegen bin ich hierher gekommen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, in welchen Job ich später gehen will. Ich möchte definitiv eine Kinder- und Jugendhilfe, weil das Arbeiten mit Kindern mir jetzt auch in meiner ehrenamtlichen Arbeit wirklich viel gezeigt hat und viel bewegt hat auch in mir, dass ich definitiv da hin will, aber welche Richtung genau, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich verbringe sehr viel Zeit im Unipark, er ist so weitläufig und Rügenmann ist auch mal für sich und kann sich unterm Baum setzen, mal einen Text für das Seminar oder für die Vorlesung lesen. Ich bin sehr, sehr gerne auf dem Petrusberg unterwegs in meiner Freizeit. Da ist ein wunderschönes Beachvolleyball-Gelände, wo ich sehr, sehr gerne bin oder in den Weinbergen unterwegs. Man ist da nochmal für sich, hat aber die Natur um sich und kann da einfach nochmal ein bisschen entspannen und vielleicht mal ein Weinchen trinken in den Weinbergen.